Die KLED 2.0 Die KLED 2.0 ist extrem robust. Es gibt keine beweglichen Teile, ein extrem flaches Design und eine schlagfeste Lichthaube. Aber übersteht die KLED 2.0 auch ein Schlagzeug-Solo unseres zertifizierten Labor Heavy Metal Drummers? Und bitte! Die KLED 2.0 Das war beeindruckend. Die KLED 2.0 hat dieses Trommel-Inferno nicht nur schadlos überstanden, sondern durch ihre intelligente und leistungsfähige Elektronik lieferte sie eine exzellente Lichtshow gleich mit. Jetzt aber mal ernsthaft und sachlich. Eine echte Alleskönnerin ist die KLED 2.0 von Heller und dazu die beste Kennleuchte, die wir jemals gebaut haben. Denn die reale Zukunft der Sicherheit wird mit der KLED 2.0 heute schon Wirklichkeit für Ihren sicheren Arbeitsalltag. Wie sicher dieses Prachtstück ist, beweisen wir Ihnen auch im Wassersäulentest und dem Rütteltest. Überzeugen Sie sich! Das war gut. Vielen Dank.